servus liebe freunde halli hallo herzlich willkommen zurück ja wir starten hier auf feld 24 mit der ernte ach so ja ich bin ja ganz anders ha kleiner spaß nein ihr seht ich bin auf meinem privaten spielstand den habe ich ja immer so um war das ein oder andere neue zu zeigen heute gibt es wieder was neues war schon ein jahr lang gehegter wunsch von martin poseidon und auch anderen zuschauern nämlich den zündungs mod manual ignition gibt es auf der motto starseide und da könnt ihr euch den runterziehen hat nur 20 kilobyte dann einfach ja in den mod ordner kopieren also da wurde ich auch noch gefragt ja wie mache ich denn das also am besten über windows xp eigene dateien my games dann ls 15 oder 20 13 je nachdem welche version und da gibt es ein ordner mods und da einfach die zip datei so wie sie ist rein kopieren nicht entpacken und gar nichts ohne bei windows 7 ist es unter dem ordner jetzt muss ich gerade selber grübeln festplatte c dann benutzer dann der benutzer an dem ihr angemeldet zeit und dann geht ihr da noch mal entsprechend rein in den eigenen dokumente ordner im eigene dokumente unter my games und dann auch entsprechend ls 20 13 oder 15 dort in den mod ordner ebenfalls nur rein kopieren und dann ist der drops gelutscht so apropos so und ihr seht auch jetzt hier links auf der seite gibt es ein neues symbol den zündschlüssel und dann noch so einen weißen balken da drunter ja und oben steht auch schon in der steuerung z für vorwärmen starten das machen wir wir sehen okay zündung ist aktiviert vorgewärmt ist er jetzt steht nichts mehr da jetzt müsst ihr aber einfach nur noch mal z drücken jetzt jeder das motor symbol ja unbedingt funktioniert so nachdem ich auf meinem privaten spielstand ja eigentlich nur zu hause bin um im prinzip ab und zu mal irgendwas zu erledigen wenn wir hier gleich mal die ernte vorantreiben so dann können wir das hier ganze noch mal probieren also wie gesagt z vorwärmen starten mal gucken im traktor sieht man da allerdings nichts ohne dann einfach zündung starten da tut sich im cockpit auch nichts aber über die zwei tasten oder über die taste z entsprechend zweimal gedrückt könnt ihr vorglühen ihr könnt es aber nicht in 20 13 sofort hintereinander machen sondern ihr müsst im prinzip wie bei einem älteren diesel auch echt warten bis der vorgeglüht hat und danach könnt ihr im prinzip erst den motor starten ja sonst gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu erzählen ja gut gestern hatte ich noch eine kleine panne für die die regelmäßig hier reinschauen da habe ich die eine folge von westbridge hills aufgenommen und hatte dann beim rendern aus versehen ja das ganze gemutet und hatte deswegen dann keine kommentarspur martin sagte dann auch schon ja ist doch eigentlich ganz cool gewesen ist mal was anderes nur die geräte mit den arbeitsgeräuschen zu hören aber ab heute gibt es natürlich dann und ab der nächsten folge wieder passend auch die kommentarspur dazu ja dann noch kleine ankündigung am montag den zweiten elften will amazon den gestern oder vorgestern erschienen gold pack von ls 15 ja mir dann auch zu senden ich habe mir bestellt und da kommt dann natürlich auch ein neues let's play ich will mal gucken ob wir das auf eine neue map packen martin meinte da gäbe es schon eine neue karte dann habe ich noch ein eins zwei andere sachen hier auf lager liegen da wäre ich dann wahrscheinlich das projekt so noch dazu nehmen dass wir das programm ein bisschen sagen wir mal wochen füllend dann aufarbeiten haben dann insgesamt sieben projekte später und dann wird es jeden tag einen thementag geben sozusagen ein tag die folge ein tag die folge da wisst ihr immer montags kommt das dienstags kommt das mittwochs kommt das und dann haben wir da auch ein bisschen übersicht aber zu dem sendeplan später oder in einem anderen video dann mehr so hier sind wir durch hier sind wir durch hier will ich es euch noch mal zeigen also z vorwärmen starten zu vor glühen fertig und dann kann es direkt losgehen so wenn wir nämlich jetzt sofort startet geht es nicht da steht es nämlich schon warten bis das vorwärmen beendet ist guckt mal ja also erst warten bis vorgeglüht hat dann kann man starten und dann ist gut so damit es auch nicht gut ist für die motoren die dauern an und aus zu machen sage ich dann für heute erst mal vielen lieben dank fürs zuschauen ja denke damit ist soweit alles gesagt wie gesagt mottos der ignition für ls 15 gibt es da manual ignition heißt der und ja wer haben möchte viel spaß dabei ich finde es ganz gut bringt das ganze auch ein bisschen wieder sagen wir mal der realität näher weil die fahrzeuge heute ja gut direkt vor glühen ja aber wenn ich aufsteig ja da ist ja nicht gleich der traktor an den muss ich erst mal anschmeißen und dem sind für heute erst mal danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge servus und tschüss vor allem Vielen Dank.